Willkommen beim Surfer Cup 2011 in Podersdorf. Extrem lässige Stimmung hier, Leute, die am Strand abchillen. Im Hintergrund die Ö3-Bühne mit der Ö3-Tischel Christian Bratis drauf. Es gibt viele, viele Sachen, die man hier machen kann. Speed-Surfing, Stand-Up-Pedal, man kann sich von meterhohen Türmen werfen. Aber meine Lieblingsstation schauen wir uns jetzt an. Kommt mit! Hier ist sie, meine persönliche Lieblingsstation. Ihr habt euch jetzt wahrscheinlich etwas spektakuläreres vorgestellt. Aber in uns allen schlummert auch ein großes Kind. Und mit diesem lässigen Ball kann man über das Wasser gehen. Und ich werde mich da jetzt mal reinzwängen. Also liebe Leute, einfach Bikini einpacken, Sonnencreme, Flip-Flops und hierher nach Podersdorf. Bis Sonntag sind wir noch da und ich stelle mir jetzt der härtesten Challenge, dem Wasser. Ciao!